Traktor! Nein, ein Gabelstaubler! Wie führe ich ja viel so'n Ding? Nein, ein Gabelstaubler! Traktor! 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 Technisch gesehen stimmt das ja. Was wenn das so wie in Rick & Morty ist, dass wir so in so'ne Teenie wirst. Was mach' ich denn eigentlich die ganze Zeit, Mann? Wieso? Ich hab' die gefeuert. Hahahaha! 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 Egal, 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 egal. Wir holen uns neue. Wir haben... Also... Wir haben zur Verfügung... Halt sie mal, hör mal zu! Wir haben zur Verfügung... Christian Bullhack... Hahahaha! Miriam Matthews... Boris Stocker... Kai Nikola... Armin Thomsen... Polen Feldbauer... Hahahaha! Thomas Schlaumeier... Hahahaha! Nicole Bullhack... Und Oliver Konduras... Und Oliver Konduras... Willst Thomas Schlaumeier... Ich kann immer noch nicht! Ah, was mach' ich denn, Alter? Wieso, was machst du denn? Ich hab's gefeuert! Hahahaha! 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 Hahahaha!